Ein Verbundskatalog ist ein gemeinschaftlicher Bibliothekskatalog mehrerer Bibliotheken. Er enthält alle Medien der teilnehmenden Bibliotheken. So kann ganz gezielt nach einem bestimmten Buch gesucht werden. Es werden auch verschiedene Informationen zu den Büchern angezeigt und in welcher Bibliothek das Buch zu finden ist. Der bekannteste Verbundskatalog ist der des österreichischen Bibliothekenverbundes. Klickt man hier auf Verbundssuchmaschine, kann man hier oben den gewünschten Suchbegriff eingeben. Es kann auch ausgewählt werden, nach welchen Medien gesucht werden soll. Also zum Beispiel Zeitschriften oder Zeitungen, Hochschulschriften oder freie Volltexte. Beim Ergebnis erhält man dann Details zum Werk, die Standorte, also wo die Bücher zu finden sind, Wikipedia-Artikel und eine Google-Buchvorschau. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020